Jo, wir sind wieder bei Yoshi's New Island. Beim letzten Mal haben wir das Spiel begonnen, haben die erste Welt auf 100% geschafft und wollen nun an Welt 2 gehen. Bahn frei, hier kommt BigChomp. Habe ich Welt 2 gesagt? Ich meinte Level 2. Welt 1, 2. So. Was haben wir denn hier? Rolltet den BigChomp über Gegner, springen auf die Kante, um ihn erneut anzustoßen. Okay, dann. Keep rolling. Batsch. Oh. Dahinter ging es ja weiter. So, und ab nach oben. Was haben wir denn hier? Oh, wie geht es auch weiter? Was steht da? Stampfattacke. Ja, jetzt haben wir gleich, wie die Stampfattacke geht dann. Gut, dass ich jetzt mal schön daneben gesprungen bin an den Münzen, aber gut. Mit rosa Eiern. Lass mich raten. Oh, da sind doch sicher ein paar Sternchen drin. Jo. So, dann einfach mal runter damit. Platsch. Und noch weiter runter. Auch wenn ich die Eier vielleicht nochmal lieber einsammeln sollte, aber... Na komm. Hm. Hat noch was rausgekommen? Ähm, nein. Was steht denn hier noch so? Ich bekomme gerade noch am Anfang des Levels gesagt, ja, mit dem Big Chop kannst du Gegner, äh, kaputt hauen. Und dann bekomme ich hier nochmal gesagt, ja, vergiss nicht, mit dem Big Chop kannst du das und das kaputt machen. Ist gut, Spiel. Ich hab's so schnell noch nicht vergessen. Na gut. So, wo sind wir denn nun? Ah, okay. Noch auf der anderen Seite. Moment. Nehmen wir jetzt noch ein paar Eier mit. So, vielleicht spiele ich doch lieber mit dem Steuerkater anstand, mit dem Schiebepad. Was bist du denn? Bewege dazu dein System. Was? Was? Okay. Das ist ja cool. Uh, was ist das denn? Äh, wie komme ich da jetzt überall hin? Oh, das kann ich sogar nur eine begrenzte Zeit einsetzen. Okay. Aber ich kann es da zumindest jederzeit wieder einsetzen. Öh, und du? Was? Achso. Ich muss den Knopf mehrmals drücken. Alter. Okay. Dann ab nach oben mit dir. Jo, drei Leben bekommen. So, bevor wieder einer rauskommt, einfach drüber springen. Was ist das denn? Zumindest habe ich Mario gerade direkt wieder einen gesammelt, nachdem ich ihn verloren hatte. Huch. Bin ich in Minecraft, oder was? System gerade halten. Okay. Loren, Yoshi. Neue das System, um dich zu bewegen. Drücke einen Knopf, um zu springen. Okay. Okay. Oh Gott. Das ist interessant. Mehr Zeit. Oh. Wahrscheinlich muss ich über die Gegner drüber springen. Wow. Äh, okay. Okay. Das ist schon mal sehr interessant. Und das war das Ziel. Denke ich jetzt mal. Ich habe mir noch ein bisschen zu wenig Blumen, habe ich das Gefühl. Aber hier ist zumindest der Mittelpunkt. Mal sehen, funktioniert das immer noch? Ja. Dann spuckt er viel mehr Eier aus, wenn man eine Stampfattacke macht. Nein. Okay. Kann man da rein? Nein. Kann man da hoch? Wow. Hilfe. Ne. Yoshi braucht sehr viel länger, um ein Ei quasi bereit zu halten. Was? Okay. Ich kann das Ei auf jeden Fall nicht wieder... Wow. Und das Ding rollt auf jeden Fall sehr viel schneller los als früher. Nein. Stein. Komm zurück. Oder bleib da mal kurz stehen. Ich muss mich noch ein bisschen umschauen. Okay. Stein ist nicht weg. Okay. Ich dachte, der wäre dispawned einfach. Oh. Moment. Stein, sei bitte wieder hier hinten. Dammit. Ich komme jetzt da oben hin. Ich wollte gerade sagen, Instant Death stacheln und... Was? Schon wieder schon das Ziel. Was? Ich habe zwei Blumen verpasst. Was? Kann ich irgendwo noch rein? Das wäre jetzt ziemlich doof, wenn ich mich jetzt nicht mehr töten könnte. Nein. Da möchte ich hin. Da war... Moment, da war die Blume. Moment. Da ich sie nicht sehen kann, kann ich sie auch nicht abschießen. Oh, okay. Oh. Zumindest haben wir da die 30 voll. Trotzdem nur noch die Frage, wie komme ich jetzt da oben hin? Da kann ich nicht mehr rein. Nein. Das war gemein. Ich hätte den Stein da einfach anhalten sollen. Na gut. Ich habe trotzdem wahrscheinlich noch irgendwo anders eine Blume vergessen. Ich weiß zwar nicht wo, aber... Naja. Sechs Minuten. Okay. Und wieder kein Bonus-Level. Kaboom. Welt 2. Und ich habe schon teilweise Sachen vergessen, wo ich keine Ahnung habe, wo sie sein können. Gut. Ich denke mal, die vier Münzen waren wahrscheinlich sogar noch da oben. Ich möchte das jetzt nochmal schnell machen. Da ich ja jetzt eine Ahnung habe, wo was sein könnte. Ich habe vor allem eine Blume ja kurz gesehen. Und ich komme auf jeden Fall auch auf meine 30 Sterne. Ich komme auf jeden Fall. Ich bin jetzt eine Ahnung. Okay. Ich bin jetzt mal hier. Ich bin jetzt mal da oben. Ich bin jetzt mal da oben. Ich bin jetzt mal da oben. level ich glaube ich werde das wird doch ein langes projekt ich werde wahrscheinlich sehr viel wieder suchen müssen blumen mitnehmen ok 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 aber es ist trotzdem ein schönes spiel die musik ist schön das neue musik ist nicht mehr die alte sind keine remix vom alten joshis island oder so da war ich eben ja wie gesagt da hat man es eben sehen können so wir mal einen großen riesen eier hier einmal nach oben schießen und bevor ich jetzt weiter hier schaue ich noch mal kurz nach ob ich auch wirklich alles habe ok 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 sieht gut aus ich werde aber trotzdem noch die beiden röhren über mir mal abschießen einfach nur für alle fälle falls dann doch wieder was drin ist so brutal aus so dann einmal nach ja ich dachte er bleibt einfach dabei nach oben zu zielen wenn ich auf oben gedrückt halte aber anscheinend ja nicht wenn es so weitergeht sehe ich schon kommen dass wir nur ein level pro folge schaffen oder so näher hält wirklich nicht oben fest wenn ich oben gedrückt halte aber gut darum war jetzt auch nichts weiter na gut dann let's get to loren joshi da habe ich aber auch nichts verpasst oder ich bin mir sicher dass da alles geholt habe na dann loren joshi erneut ich denke mal wenn ich von dem joshi erwischt werde nein nicht von dem naja ich sollte jetzt nichts viel ausprobieren wenn ich von dem scheiger erwischt werde so hat doch gepasst wird schon nicht so viel ausmachen trotzdem habe ich immer noch das gefühl ich habe irgendwo eine blume vergessen moment machen wir es mal anders machen wir erstmal ein paar eier naja ich auf dem auch mal was ruhig stehen bleiben so jetzt nehmen wir das mit schöne bremsgeräusche wenn ich spontan bremse na so jetzt einmal den berg hoch und jetzt bitte einmal stehen bleiben ich bleibe stehen bleibe stehen ja gut dran vorbeigehüpft die münze aber mitnehmen das muss ich mal gucken kann ich hier hoch da hinten muss ich hoch das heißt ganz langsam na komm na komm okay er steht sicher und hoch aber das war eine wolke münzen moment rote münzen aus einer wolke und hier waren auch noch mal ein paar sternchen gewesen moment eine rote münze und einen und eine blume fehlen mir noch ob ich die dann verpasst so einmal die ganzen instant death stacheln wieder weg irgendwo habe ich was verpasst hier drin nee okay gut irgendwo habe ich anscheinend einen kompletten raum verpasst und wieder kein bonuslevel gut dann suchen wir ein andermal am ende der welt ich denke manchmal am ende der welt machen höhle der möchte gern pflanzen die namen teilweise ne so kann ich da was hast du damit zu sagen drücke l oder x warum das verarbeitet das auch das ist praktisch zu wissen da muss ich nicht immer auf x gehen dann kann ich sogar mit l und r einfach schießen ja das passt so na komm weg okay ich sollte auf jeden fall alle wolken abschießen haben wir beim letzten mal gesehen dass da auch rote münzen drin sein können okay die kann man weiterhin einfach wegfressen so was haben wir denn da oben versteckt eine wolke mit einem leben 23 leben haben wir schon noch was drin ich glaube ich werde hier mit ganz großen augen durchlaufen müssen durch das spiel um alles zu finden scheike ist an ballons okay und tschüss no shi guys on my balloons okay das fällt runter das kann ich auch nicht mit der was okay und josh fängt einmal unten an mit dem fadenkreuz das ist auch gut zu wissen kann ich da rein keine roten münzen keine roten münzen aber gelbe über ein paar joshi münzen bekommen und wahrscheinlich bald sogar leben und weg mit dir hä was joshi schlug doch moment fast ja das war geplant natürlich eine münze wieder mal nicht moment die du erst mal kurz weg so i need shi guys hier kommen ja zum glück unendlich viele raus auch wie auch immer ich das da oben jetzt gerade nicht getroffen wow das kill und eine blume ja war zu erwarten irgendwie habe ich den doch noch bekommen auf fünf und eins ist auf jeden fall sehr praktisch dass man auf dem kleinen bildschirm dauerhaft einfach sieht wie viel man schon hat so immer noch einen mit und gehen weiter so haben wir hier was drin ja haben wir okay so moment das kann man doch sicher ja sage ich doch perfekt abschießen also habe ich nicht zwar nicht gesagt aber ich habe es gedacht so so was das wollte ich eigentlich auch nicht abschießen so okay hat doch gut geklappt so hier noch einmal diese ganzen ballons machen wir doch okay das was wie knapp habe ich denn gerade daneben geschossen oh was eine blume in einer versteckten wolke okay ich merke schon das spiel ist von anfang an sagt einem direkt schon wie hundert prozent so leicht kriegst du die jetzt auch nicht ah okay das funktioniert also doch noch das hat im ersten level komischerweise nicht funktioniert oh gut damit haben wir schon mal die ersten 30 zusammen hier jetzt bräuchte ich nur wieder ein paar Eier oh Gott irgendwie habe ich ja gerade vergessen den Flatterflug zu machen und das hätte böse ausgehen können so Moment mal okay das war zwar jetzt nicht geplant aber ja okay ich akzeptiere es und euch gibt es auch wieder oh Gott Moment was okay äh äh ja es es irritiert mich immer noch so ein kleines bisschen dass äh Yoshi die Eier nicht direkt wirft sondern erst quasi nochmal kurz ausholt das ist als alter Yoshis allen Spieler doch ziemlich irritierend ich denke ich könnte sofort losschießen und dann kann ich es doch nicht so wie komme ich jetzt dahin okay ich sehe schon wie wofür ist das Münzen mir fehlen trotzdem noch 6 Münzen was bist du denn für einer okay was auch immer der gemacht hätte ich habe keine Ahnung das könnt ihr mir ruhig schreiben was ich habe schon wieder einen kompletten Raum irgendwo verpasst was meine Güte das wird eine schöne Sammeljagd später ich hätte ein Bonuslevel gehabt hätte ich die entsprechende Blume gehabt hm derp derp ich möchte so langsam mal bitte ein Bonuslevel das ist die dritte Welt na gut ich würde sagen das war es von diesem Part wir gehen beim nächsten Mal ins erste Schloss alles im Eimer das wollen wir nochmal sehen danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal Ciao